und geil obwohl ich weiß nicht ob das so geil ist das bedeutet nämlich dass die kämpfe nicht einfach werden super so jetzt haben wir ein bisschen mani jetzt oben müssen jetzt nach oben oder nach unten das überlebensverstück ist da hier kommt man also zurück schon gewundert und das überlebensverstück noch mitgenommen hey geil heiß geil grüß ich was war da jetzt warte mal ich kann doch hier bestimmt von da nach da aber dahin will ich ja gar nicht ich will hier rüber doch muss den ganzen kackweg wieder ja komm das schaffst du ja ich bin eigentlich schon eher am offline gehen schon wieder bald also lange möchte ich halt nicht mehr streamen und ja dann hat man es auch einfach hat youtube es auch einfach mit dem verarbeiten und kann sich den kram angucken weil das was ich am anfang gesagt habe werde ich jetzt nicht noch mal wiederholen aber ich nehme mal an oder ich denke mal dass es so ist wie es wie es ist dass wahrscheinlich die leute sich den anfang nicht wirklich angucken und da nur die hilo bescheid weiß so ist es leider ist von daher ja keine ahnung alles steht alles aber auf der einen seite noch in den stern von daher einfach abwarten tee trinken vielleicht ändert sich ja gar nichts gut ist mir hier aus dem grab raus dann haben wir zwei gräber gemacht sind in der story ein bisschen weitergekommen haben endlich diese riesige stadt hinter uns gelassen haben eine kampfpassage drin gab super und ich habe schon eine sequenz für ein endscreen gefunden das ist eigentlich schön gelaufen super gut so und wie will die lara jetzt hier rauskommen kann mir das bitte einer verraten wie man jetzt hier rauskommt von da bin ich reingekommen baum des lebens ok herausforderungskrab habe ich auch gemeistert alles klar also bin hier runter und dann hier und jetzt muss ich doch irgendwie wieder rauskommen oh ok die lara kann sich da festhalten alles klar das wusste ich nicht das sah jetzt auch nicht so aus als wenn das gehen würde aber gut klappt karte aktualisiert naja kommt drauf geschissen sie ist eigentlich ganz gut ja kommt passt so hier haben wir jetzt alles durch hier gibt es noch ein lagerfeuer sind jetzt aktuell gerade ein bisschen ein bisschen nah beieinander ich wollte mich ja noch mal in der stadt so ein bisschen umgucken ja kann auch das spiel wechseln wenn ihr wollt aber lang mache ich nicht mehr maximum wenn überhaupt weiß ich nicht gut die fahne ist oben kondo dokument hier habe ich ein dokument vergessen generell geht es hier noch weiter ok ne ich will erst mal zum händler und will mal gucken ob die noch irgendwas hat in dieser christlichen mission waffen 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 ich habe kein money ich habe kein money in der bank ein gutes geschäft für uns du wirst bestimmt zufrieden sein ja komm passt schon so die hälfte an handlungsgegenständen raus ein gutes geschäft für uns beide holz habe ich auch mehr als genug die lara hat ja schon ein bisschen holz vor den hütten hat er nicht gesagt habe ich gesagt so davon verkaufe ich nicht ganz so viel so von denen kann ich eigentlich auch ein bisschen was ein gutes geschäft ballern von denen habe ich genug ansonsten ja davon kann ich eigentlich so habe ich jetzt wieder kohle mir irgendwas zu holen nö habe ich nicht obwohl wenn ich hiervon ja super und jetzt kann ich den graben upgraden ich weiß noch nicht warum ich so müde bin so nebdingsbums die habe ich habe ich die aufsätze zwei von drei ist aber fertig die ist auch fertig okay gut die habe ich mir neu gekauft jetzt ist mir das ausgegangen okay passt schon gut dann will ich mal speichern vielleicht mal ein anderes spiel spielen nur mal ganz kurz wirklich jetzt zum ausklinken wie gesagt ich kriege ja als von den drei war eine gute display port kannst du kannst ja auch so adapter holen ja so so dann fahren wir mal los was wollen wir dann machen so händler dokument was haben wir hier mysterien der mission ja da muss ich sowieso zum ziel hin glaube ich bin da gar nicht so sicher da hat das spiel ruppelt das ist jetzt halt nur die frage ist liegt es wirklich am rechner was einfach sehr intensiv ist oder what tagebuch 30 dezember 1603 lopez kehrte heute aus einem nahegelegenen dorf zurück begleitet von einer gruppe von der er sagt sie würde ihm folgen und uns beim bau unterstützen irgendwas an seinem verhalten war merkwürdig ich führte es auf die lange reise durch den dschungel entschuldigung doch noch in dieser nacht eröffnete er mir was ihn wirklich beschäftigte sie haben mich verfolgt flüsterte er die anderen dann ging er fort und ich verbrachte eine schlaflose nacht damit über sein abgleiten in den wahnsinn nachzudenken okay ich bin am streamer warum konnte ich jetzt nicht aufnehmen es hat doch gestern auch geklappt karte aktualisiert super ja also das kann ich nicht verraten ja das ist ja das ich weiß hier gibt es noch ein überlebensversteck aber das ist mir eigentlich relativ ralle macht die komo natürlich gucken ob hier lang leben ja ein dokument vergessen hier habe ich eine krypta vergessen das kann eigentlich nicht sein oder die krypta wurde nicht gesperrt gespeichert was eigentlich nicht sein kann ja irgendwas ist da nicht richtig gelaufen ja müssen wir mal gucken dann lade ich mir den stream einfach morgen bei twitch noch mal runter weil aus irgendeinem grund kann ich gerade nicht zeitgleich aufnehmen und dingsbums aufnehmen und streamen das ist aber schlecht ja der hat irgendwie ein problem mit dem codierer gerade weiß noch nicht warum vielleicht habe ich aus irgendeinem grund den falschen dingsbums können das ist schlecht hoffen wir nicht ja das ist ja das problem gestern abend hat ja bei alles super geklappt und ich habe ja keine wird aber man kann ich ja irgendwie ein bisschen hier kann ich nicht rutsche automatisch runter sonst die frage wie komme ich denn da hoch von da unten komme ich nicht dran aber ich bin auch irgendwie hier angekommen ähm was ich ups entschuldigung äh das wusste ich nicht alles klar ähm ja dann müssen wir das so machen nehm ich an ich muss mir ganz kurz überlegen dahin will ich nicht ich will in die andere richtung ich will hier rüber nachdem komme ich ja super irgendwas kann da nicht stimmen warum hast du jetzt hier warum ist die level jetzt hier im kampf die typen habe ich doch hier platt gemacht den gorilla ja die krypte habe ich auch hm ich bin jetzt hier so ein bisschen am überlegen so lehrer kleines öffchen wollen wir mal also hier komme ich nicht hoch vielleicht komme ich von hier da runter und dann da hä das wäre eine option ach diese guppels ey was glaube ich nein ja ne diese hubel die guppels der obelix hat die hubel die guppels können diese truhtähne die gingen mir gerade so ein bisschen auf den sack und die ganze zeit so rumeiern warte mal war ich hier schon so ich habe jetzt die bum bum pfeile die frage ist wie gehen die kaputt das kann ich ja gar nicht verhandeln ja das wüsste ich auch gerne vielleicht dosenbomben oder sowas weiß ja nicht ob du das da auch hast ja aber ich kann ja ich kann ja diese pieps pfeile da benutzen und scheinbar kann ich die ja auch aufkriegen aber warte mal wo haben wir es denn tastenbelegung blickt gar nichts ich hasse das wie ich es hasse so jetzt habe ich da bum 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 pfeile platziert und es bringt einfach gar nichts was was bitte was vielleicht mal der schrotflinde drauf okay macht das gleiche aber ich weiß immer noch nicht wie diese explosionspfeile kaputt gehen toll für ein bisschen gold Mist ne ich muss irgendwie also richtig zufrieden bin ich nicht so wollen wir mal gucken schnellreise ich könnte natürlich versuchen von hier hier hoch zu kommen das probiere ich nochmal ich würde da nämlich schon gerne diese Krypta mitnehmen wenn ich da überhaupt drankomme das ist die nächste Frage ja ist die nächste Frage bum 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 okay hier durch und dann irgendwie hier nach hier rechts lang und dann gucken dass ich da irgendwo hoch komme ach das hält ihr doch schon auch menno diese habe ich hier und die habe ich jetzt und die habe ich jetzt gar nicht gedacht na gut wie ist Larry denn gerade so langsam kann natürlich nur versuchen hier hin noch hier passiert gar nichts okay da ist niente dann muss ich es hier von außen probieren ja das sieht nach einem Eingang aus äh warum komme ich da nicht rein und ich komme auch nirgends hoch wie soll man denn da bitte schön reinkommen muss man bitte eine erklären okay von der Seite von hier geht es nicht von der Wolfshülle geht es auch nicht und hier komme ich aus irgendeinem Grund an der Straße irgendwo nicht hoch da rutsche ich irgendwo ab das bedeutet ich kann hier gar nicht lang hä hä na gut komm ich ne das brennt mir jetzt auf der Seele ich gehe da jetzt nochmal zurück und gucke da nochmal nach hoffentlich leck das Spiel nicht so stark bei euch okay hier komme ich nicht hoch das ist der Grund wo ich nicht durch kann noch wieder hier lang ist irgendein Grund eine unsichtbare Wand und hier kann ich auch nicht lang nein nein what what ich dachte ich stürze jetzt ab und falle in den Tod aber na gut okay geht doch nur der Graf hin ah ne hier war ich doch schon aber hier kann ich rüber Moment hier war ich kann ich vielleicht zu der Kathedrale die ist aber wieder da auf dieser Seite oh man alter ging der mir gerade auf den Sack okay na gut du nervst so noch jemand Ruhe im Karton ich bin mir mal in Ruhe nö ich komme da nicht hin ich komme hier in diese Richtung nicht hin oder noch nicht vielleicht habe ich es auch einfach verkackt weil ich aus irgendeinem Grund irgendwo zu schnell losgelaufen bin gut dann will ich einfach mal mit der Story weitermachen komm drauf geschissen dann genieße ich das Spiel irgendwann anders mal ne ich kann mich da auch nicht durchglitschen diese Säcke was soll denn das Mann ich dachte ich könnte ja ein bisschen einfach mal mit brachialer Movement Gewalt durch pushen aber klappt wohl nicht na gut machen wir mal die Story weiter vielleicht komme ich da ja doch nochmal irgendwie hin lauf Lera lauf schneller du Schwein ne Quatsch unsere Lera ist kein Schwein also wir müssen irgendeinen Friedhof erkunden um jemand bin ich ja gerade über den Huhn gestolpert Tatsache hier gibt es bestimmt noch einiges zu entdecken harte Arbeit ist gut für die Seele die Sekte hält diese Mission seit mir wollte jetzt nicht unfreundlich der Dame gegenüber sein aber das kenne ich so der will sein manchmal denke ich dass ich weitermachen muss dass ich alle enttäusche wenn ich nicht weitermache ein Tsunami rollt auf uns zu und das ist nur die erste von vielen Katastrophen das ist deine Schuld ich muss jetzt los ich bin die einzige die die einzige die was die die Vielen Dank.